Heute setzen wir unser Beispiel in der Martinsnotation um. Dazu holen wir wieder den Text vom Beispiel raus. Liste auf, welches Futter die Pferde fressen. Futter hat eine ID und eine Bezeichnung. Pferde haben eine ID, einen Namen und ein Alter. Ein Pferd kann zu einer Rasse gehören. Rassen haben eine ID und eine Bezeichnung. Bei der Crowfoot-Notation wird der Entitätstyp wieder in einem Rechteck dargestellt, welches ein zusätzliches Feld für Attribute hat, wie bei UML. Hier wird jedoch bei den Attributen der Doppelpunkt weggelassen. Die Bezeichnung werde bei dieser Notation nicht extra eingetragen, sondern nur die Kardinalitäten. Eine 0 steht für 0, ein Strich steht für 1 und der Krähenfuß steht für beliebig viele. Also sehen wir uns die Kardinalität für Futter und Pferde an. Ein Pferd kann von 0 bis beliebig viele Futtersorten fressen und eine Futtersorte kann von 0 bis beliebig vielen Pferden gefressen werden. Das gleiche machen wir nur noch für Pferde und Rassen. Es können 0 bis beliebig viele Pferde zu einer Rasse gehören. Zu einem Pferd kann aber nur genau eine Rasse gehören. Also von 1 bis 1. Ich persönlich empfinde diese Notation am umständlichsten zu benutzen, jedoch veranschaulicht sie die Kardinalitäten meiner Meinung nach am besten. Dies ist so, da die 0 bei den anderen Notationen oft auch gern mal ignoriert wird oder einfach weggelassen wird. Welche der drei Notationen hat dir die Kardinalitäten am verständlichsten dargestellt? Teil mir dies doch bitte oben rechts in der Abstimmung oder unten in den Kommentaren mit.